Die Umwelt liegt uns bei Karibu am Herzen. Deshalb sind unsere Saunen schon immer so konstruiert, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen. Mit unseren Energiesparsaunen gehen wir den nächsten Schritt und haben den Energieverbrauch weiter gesenkt. Damit kostet sie ein zweistündiges Sauna-Erlebnis gerade einmal 2 Euro an Strom. Und das Beste? Unsere Plug-and-Play-Öfen können Sie ganz einfach an Ihren Hausstrom anschließen. Das schont die Umwelt und sorgt schon beim Gedanken an Ihre Stromrechnung für Entspannung. Zudem finden Sie bei Karibu viele weitere Ideen für Ihre Wohlfühloase. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.